Hier sehen wir jetzt einen Pomeranian, der leider schon mit der Maschine gekürzt worden ist. Selbstverständlich nicht hier bei uns im Salon, sondern woanders. Und man sieht das auch ganz klar an der Feldstruktur und an der Feldbeschaffenheit. Es ist einfach ganz eindeutig zu erkennen. Es ist einfach sehr ruppig, das Feld. Die Frau Schlangen hat jetzt erstmal die ganze Unterwolle nochmal ausgearbeitet. Und so sieht der Hund jetzt vorher aus. Das wollten wir auf jeden Fall nochmal demonstrieren. Und ja, der wird jetzt bei uns hier fachgerecht von Hand geschnitten. Und wie gesagt, jetzt erstmal einmal vorher und dann gleich kommen wir mit dem Nachherergebnis. Von innen das Bein auch noch hier gleich noch so ein bisschen. Sehr, sehr schön sieht das aus. Untertitelung des ZDF, 2020